Hallo und herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Magica! Die sind hier alle rumspannen. Hallo! Mit mir, ich, mir und... ja. Und du. Und du, genau. Du bist auch so weit! Wir werden immer mehr. Könnt ihr bitte mal damit aufhören, aber ich dauernd gegenseitig umgebringst. Stimmt, töten wir hier bei Jörn. Ey! Was? Wir töten Jörn? Na gut. Ist das Gefühl, dass das in der richtigen Takt zum Welteroberen ist? Ja, ich glaube. Oh nein, nicht das Level. Das ist total geil. Das ist doch ein bescheidendes Level, um Graf zu verlieren. Das nächste? Es ist einfach, wenn du es richtig machst. Ja. Wir haben heute mal nicht den Fehler gemacht, und das kommt nicht ausgelöst. Das stimmt. So, warum können wir jetzt nicht auf das Boot, hä? Was ist jetzt los? Hä? The only sensible thing to do is steal the ashes. Steal the ashes. Ja. Sicher. Ja, hey. You're a lizard, Harry. Du hörst nie, Hermine. Du bist deine Exe. Äh, Moment. I'm a pilot. You keep lookout. Okay. Okay. Ich steh schmierer, alles klar. Ich spiel Pilot vor allem. Ist der gerade durch die Tür einfach durchgelaufen? Ja. Er ist kein Vapier. Ey, ich meine, er ist kein Vapier. Er kann das. Ey, die Tür. Biu. Ah. Ey, die ist nicht abgeschlossen. Was? Die ist nicht abgeschlossen. Leute. One-Hit-Combos. Stein mit dir mal freue, Leute. Ist das Phoenix Chateau? Ne, da liegt noch was. Ja, ja klar. Oh, stopp. Da sind wir jetzt mal die One-Hit-Combo. Hab ich gerade. Ich hab nicht alles getroffen. Es tut mir leid. Oh. Oh. Oh, doch nicht so. Oh. Oh. Wisst ihr was? Ich mach mir an dieser Stelle mal ein Feuerschild. Sollte man meinen. Ist vielleicht ne kluge Idee. Bam! Du hast nicht alles getroffen. Doch. Nein, da unten liegt noch was. Das ist Kollateralschaden. Und das ist immerhin mein Lieblingsschaden. Nein, das war eben kein Kollateralschaden. Doch. Das ist wie Ben niedergebrannt. Das brannte ja. Ja. Sie rahmen uns und vor allem glitschen die Seite durch uns sogar durch. Äh. Leute. Gut, dass ich ein Feuerschild habe. Ich hab jetzt auch rein. Wir lassen uns doch nicht entern von solchen. Leute, ihr müsst das Ding nicht komplett aufladen. Oder um es im Englisch zu formulieren, you mustn't. Ja, sorry. Wenn die erstmal hier sind, können wir sie nicht mehr mit Feuer zölen. Tut mir leid. Da lebt noch einer. Achso, da lebt noch einer. Ja, der ist weg. Da hab ich ne ganz tolle Idee. Geht das? Das ist eh vorbei. Ja! Nein! Wir können uns abriegeln! Irgendeine Invasion. Oh! 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 Weißau- Ja! Das ist das dein Gram. Das ist Gram, ich nehme es. Wir haben Gram wieder. Nein! Ich kann dich jetzt noch nicht retten. Okay, das Meisterschwert stirbt, aber dafür haben wir Gram. Ich versuche es zu kriegen! Ich hab's! Schwert, der Meister. Wir tauschen gleich. Oh man, oh man. Ja. Ist das nicht das Highlander Level? Ja. Das ist das. Mit dem Abschnitt kommen meine zwei Lieblings-Anspielungen. Mann! Seriously! Ja, das ist keine Anspielung. Aber ich mag den Satz. Micha? Okay, dann nehme ich mir jetzt einfach das Master Sword. Genau darum ging es. Deswegen bin ich in meine Mauer gerannt. Hey! Wenn's nicht so in der Lübding, dann wär's einfacher. Moment, ich will diesmal, ich hab das noch nie gemacht. Okay, dann mach es. Tu es! Hä? Das gilt auch? Ja. Oh. Hauptsache Eis. Nein, ich hab das auch letztes Mal mit Blitz umgehauen. Leute, will niemand die Exotic Plate? Ich versuche sie gerade auszuheben, aber wir verschieben da heute. Moment! Moment! Nein! Aber wir haben es schon mal geschafft, dass sie daran in den Abgrund gesprungen sind. Ja. Ja, aber jetzt ist es zu zentral. Die rutschen in die falsche Richtung, wenn sie rutschen. Nein! Oh, das ist schade doch. Oh, oh, oh! Nein! Nein! Aber ich hab' das Master draus, ich will nicht die Exotic Nähe. Nicht mich! Das musst du aber sagen. Hab ich dir. Ja, als du tot warst. Vor allem die Schafe. So, jetzt wieder die Schafe. Die Schafe sind so super. Was? Die brauchen welchen Regenschirm. Ja, richtig. So, jetzt die Frage an unsere Zuschauer. Was das denn? Oh, ich, ich, ich. Was ich noch nie. Echt, hier sind elf. Aber es wurde bei mir zurückgesetzt. Ich muss alle nochmal fett. Egal. So, wo macht es das? Eine Anspielung. Und die Antwort gibt es in der nächsten Folge. Und wenn ihr die Frage richtig beantwortet, dann könnt ihr euch Eis drüber baten. Wir haben ihnen ein Gebüsch mitgebracht. Wir haben ihnen ein Gebüsch mitgebracht. Wie wahrscheinlich halten die uns eigentlich? Ich habe noch nicht. Doch, irgendeiner hat das gerade aufgehoben. Ich gerade eben. Achso, ähm. Ähm, Moment, ich glaube das ging so... Ja. Äh, Dampfblitz-Arkan. Oh! Das ist meiner! Oh, sag doch was! Ich will das auch. Hey! Baumwölz! Gibt's davon nicht noch einen hier? Hey! Nein, noch einen! Ja, du kannst ihn nicht aufheben. Wie hab ich das denn hingekriegt? Ich kann den anderen auch nicht aufheben. Keine Ahnung. Da hab ich dich in deinen eigenen gecasteten Strahl reingeschoben. Ich kann gar nichts aufheben. Achso, deshalb. Aha! Ha! Hat den richtigen getrafen. Er dürfte auch jetzt Blitzerbleiter funktionieren. Bin mir aber nicht sicher. So, äh, weiter geht's würde ich sagen. Probieren wir's mit ein paar Blitzen aus. Ich bin verwirrt! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ah! Herrlich! Oh mein Gott! Nyauuu! 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 Wer hat diesen Verwirrungsspell? Pssst! Baummann schreitet zur Tat! Aber der Baummann kann wenigstens was. Ich bin tot! Das haben wir gesagt. Wen hab ich jetzt verwirrt? Nieuuiu! N Меня neun! Ich habe überlebt! Ja, und? Er rapidement, und ich bin allein! NOOIN! Ua! Ich habe auch das überlebt! Der ist gecharpt! Toll, voll Blitz-Immone-Helden. What? Hey, das war das? Warum kann ich die schon? Weil wir es vor Ewigkeiten gefunden haben. What? Keine Ahnung, ich hab dir auch so Frame-Einbrüche. Ich hab nur noch 6 Frames. Meine Kamera ist total versetzt. Ja. Thunderhead, da gehts dann. Leute, ich kann mich nicht bewegen. Das ist mein Vorschlag. Ich mach das anders. Äh... Oha, Stillstand? Oh nein, in 6 Minuten weiter? Nein, ich hab nur Frames. Also bei mir passiert gar nichts mehr? Bei mir auch nicht. Ich bin wirklich nur döner. Seriously, I have no idea what I'm looking at right now. Aaaaaaahhhhhh. Ein Hit. Nein, ich wollte gar nicht mehr rein. Das ist es nie. Besser, dass du dich geheilt hast. Doch mir. Oh, ich krieg's nicht. Scheiße. Nein. Ich bin ein Idiot. Ja. Oh man, oh man, oh man. Ich hab mir vorbeid, es geht durch Silber und einfach rausgelaufen. Und ich bin dir entgegengekommen und hab das noch abgegrischt. Ich finde die Aufmerksamkeit. Alles in den Gegenden, dann werde ich gar nicht mehr schäffe. Ich werde ist alles in der Gegend zu machen. Ich werde dich nie mehr schäffe auf einem von der Vergangenheit ausgymlingen machen. Ich werde nicht mehr schäffe auf einem von der Vergangenheit. Ich werde nie mehr schäffe auf einer Vergangenheit ausgymlingen machen. Was sind die... er hat doppelt steckt dass er nicht mehr er wird er wird er wird er wird er wird er hat ja nein er hat sie das sind drache ist da ja aber ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin Jetzt fangst du an. Boah! Das schaffen wir nicht mehr. Oh fuck! Der Drachen. Nein, ich kann dich nicht heilen! Nicht hinterher! Ich kann dich nicht heilen! Nein! Kacke! Ich wär gesincht worden von allen. Oh fuck! Du wirst gleich ge... Ja! Hol ihn dir! Hol ihn dir! Mach diesen Drecksack fertig! Das war's. Ach du lebst! Okay, ich... Hat nie gesinnt, dass Karsten auch noch lebt. Ja, aber... Das wird schwer. Du hast ein kommendes Protokollat, wo unmöglich. Sie nennen es auch das neue, neue System. Warum hören unsere Fassen immer mit einem, die bietet den Schirm auf? Weiß ich nicht. Immer.